Ich hab einen gedowned und dann steht einfach noch einer, okay. Warum steht dann noch einer? Guck dir mal unsere beiden Clan-Typen an. Okay. Okay. Das kann schon sehr nützlich sein, einfach nur wenn du irgendwo reinfuschen willst. Wer bist du? Kriegst du da unten auf? Ich werde spawnen wiegen. Sehr freundlich. Oh, Puls kommt mit. Noch im Dings, aber er hat beides elektrifiziert. Da draußen war noch jemand. Hier ist der fackte. Noch bei dir. Ich hab einen Headshot. Ich hab meine Füße gesehen. Ah. Guten Tag. Bei mir waren noch keine Löcher drin. Ich muss sagen, ich bin cooler wie du. so schlecht das ist traurig man könnte das nötig reinkommt ich habe kriegs aus dem chariot geholt ich habe zwei damit geingert mit einem kann weil ich habe keine käme mehr das ist so traurig das ist ein paar Sekunden das ist ein paar Sekunden ich habe sie so geinjured lassen lassen wir mal schild aufladen ich möchte einen kommentiert zu stehen lassen hat ich mich schon überrascht nein das funktioniert halt wirklich sie einfach rumdrehen und hin hocken das war ja mal noch zeigen hier ist eine ok ich muss ja nicht direkt drauf springen jacob da war schon wieder so ein pinke sofa Super, super. AHHHHH! Das hätte ich mir heute schon besprochen. Let's pick this She's by mir mit der Schild Cool was passiert doch erstmal schön hier klimo stellen er kommt jetzt kommt hier auch hier ist ein schild hat man kurz nach der bricht ein oder von mir ich habe ihn halt so geil runter geschossen und das hat jetzt gereicht das geht nicht die groß genug sein müsste Okay. Hm. Reload! Wir kommen zurück! Wir haben dir gerade zugeguckt, jetzt kriegen wir was sie sagen. Ich weiß es nicht, ich hab nicht mehr bemerkt, dass ich rausgeflogen war. Wir haben nicht mehr bemerkt, dass wir die BIO-Hazard-Kontainer haben. Wir haben nicht mehr bemerkt, dass wir die BIO-Hazard-Kontainer haben. Wir haben nicht mehr bemerkt, dass wir die BIO-Hazard-Kontainer haben. Wir haben nicht mehr bemerkt, dass wir die BIO-Hazard-Kontainer haben.